Ganz gleich, ob es um urheberrechtliche Streitigkeiten oder Scheidungsverfahren, Abmahnungen oder Unterhalt geht. Die Anwaltskanzlei Patra in Dortmund vertritt ihre Interessen in den Bereichen Familienrecht, Urheberrecht, Markenrecht sowie Wettbewerbsrecht und Wirtschaftsrecht. Für Unternehmen entwarfen wir allgemeine Geschäftsbedingungen und rechtssichere Verträge. Wir beraten Sie auf Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch. Kontaktieren Sie uns für einen Termin. Untertitelung des ZDF, 2020